Beim On-Push-Hands oder Yin-Yang-Push-Hands in der Wamsa-Forum-Zentrale. Die Technik hier aus Rollback und aus On. Der Angreifer macht On, die führt Grundtechnik, und der Verteiliger macht Rollback, die Technik, die normalerweise in der dritten Grundtechnik, Jari kommt. Und will den anderen umstoßen, der geht unter den Angriff und rollt ganz sanft mit den Daumen zum Lunge 11 Punkt hoch. Lunge 1 Punkt natürlich. Und man kann die Übung machen, um Geschmaltigkeit in der Schulter und auch einen guten Kontakt zur Erde mit den Beinen herzustellen und einen guten Kontakt zu den Armen des Gegenübers. Ich habe schon viel erklärt. Okay? Okay.